Ich lese was vor. Jesus, der Sohn Gottes, nahm auf sich alles Unheil, das auf uns kommen müsste, damit wir im Gegenzug all das Gute empfangen, dass Jesus als dem Sohn Gottes zusteht. Wow. Alles, was Jesus zusteht, kommt auf uns. Er hat uns das Unheil genommen, das uns treffen müsste und wir dürfen im Gegenzug dazu all das Gute empfangen, was Jesus Christus zusteht. Wow.